Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4. Eigentlich wollte ich ja die Folge starten, indem ich die Willis-Mission direkt anfange, wie in der letzten Folge besprochen und versprochen. Allerdings habe ich mir gedacht, schaust du doch mal zwischen den Folgen mal kurz in Ruhe in den Shop rein. Vielleicht gibt es da noch irgendwas, was du übersehen hast oder was du jetzt noch gar nicht getan hast. Und, siehe da, dem war natürlich so. Das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten, denn das finde ich eigentlich schon eine ziemlich coole Sache hier. Ich habe hier mal reingeschaut, in die Gegenstände, da war ich eigentlich noch nie drin. Den Körperpanzer, den fandet man in Far Cry 3 ja ziemlich häufig auch mal so in der Gegend rumfliegen. Habe ich jetzt bisher in Far Cry 4 glaube ich noch kein einziges Mal angehabt. Deswegen werde ich hier auf jeden Fall mal regelmäßig reinschauen, mir den Körperpanzer einfach mal kaufen. So wie jetzt. So, dann geht es aber noch viel weiter. Das ist noch viel geiler. Gut, die Heilspritzen, die kann ich ja mit grünen Kräutern so selber aufsammeln. Aber, Schützenhilfemarke, das sind diese Dudes, die wir mit V-Hilfe, äh, zur Hilfe holen können. Na, ich glaube, ich kann mal wieder nicht reden heute. Aber, hier, das wird noch interessanter. Schützenhilfe-Upgrade. Da ich 360.000 Kürad-Dollar oder wie auch immer die Währung hier heißt habe, kaufe ich mir das jetzt einfach mal. Hier, diesen Gegenstand kaufen, aber natürlich. So, jetzt habe ich das. Okay. Jetzt kann ich mir auch noch das Upgrade 2 kaufen. Für deine Schützenhilfemarken kommen nun schwer bewaffnete Veteranen, um an deiner Seite zu kämpfen. Der Goldene Pfad dankt dir für seine, äh, für seine Spende. Für deine Spende natürlich. Da werde ich mal bei Gelegenheit mal wieder so einen Dude herrufen. Weil, äh, als ich die damals, äh, damals ausgetestet habe, kam mir nur ein einziger Dude, was mich dann doch so ein bisschen enttäuscht hat. Aber jetzt, äh, klingt das Ganze doch mal interessant auf jeden Fall. So, was haben wir hier? Die Maximalanzahl an Schützenhilfenmarken wird um 1 erhöht. Ach komm, wisst ihr was? Wenn wir hier schon gerade dabei sind. Gut, jetzt haben wir die Kohle mal rausgehauen. So, Haftgranaten brauchen wir nicht. Haft C4. Nö, aber der Wing... Wing-Suit. So. Der ist ziemlich geil, äh, wenn man hier in den Bergen schon unterwegs ist und mal an einer Klippe steht, kann man sich einfach mal da runterstürzen. Ist wahrscheinlich auch ein Fallschirm mit dabei. So die Karten, äh, nee, so Collectibles oder sowas brauche ich jetzt nicht. Oder die, die Beutekisten. Die loote ich ja eh nur so, wenn ich eh mal dran vorbeischlapp. So, dann habe ich außerdem gesehen, wir haben 6 weitere Punkte, ähm, für unsere Fähigkeiten zu verschenken. Das machen wir doch auch prompt. Und hier unten gleich mal das Non-Stop-Endlose Sprinten. Das wollte ich auf jeden Fall. Warte mal, da habe ich gerade noch was gesehen. In der Hocke bewegst du dich auch schneller. Das brauche ich auf jeden Fall für die Außenposten, um die still und heimlich in der Hocke schleichend einzunehmen. So, jetzt werden wir dann eigentlich schon fast voll. Überlebensspritze Level 2, ne, die ganzen Spritzen, da habe ich ja gesagt, da habe ich eigentlich weniger Bock drauf. Das heißt, wir müssen entweder Missionen beenden oder eben sowas wie die bewaffneten Eskorten oder, keine Ahnung, Shangri-La nochmal. Oh cool, wir müssen wieder nach Shangri-La, also wir müssen diese Tankra-Dinger holen. Was wir auch machen werden. Aber nicht in dieser Folge. Jetzt erstmal, wir haben schon genug Zeit vertrödelt. Huch. Ne, das will ich nicht machen. Hau ab. So, wir brauchen erstmal einen fahrbaren Untersatz und eilen dann zu dem guten Willis. Oder, ob der gut ist, weiß ich ja noch gar nicht, keine Ahnung. Jetzt nicht, dass ihr wisst, ich habe das schon irgendwie gezockt. Ich habe echt keine Ahnung, wer oder was vielleicht dieser Willis ist. Ne, wo war das gleich? Hier, genau. So, da fahre ich jetzt einfach mal runter. Und schaue mal, was mich erwartet. Danke, dass ihr den Sender freies Kürat eingeschaltet habt. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber anscheinend gibt es einen verrückten Killer in Kürat. Mit einer Vorliebe für Masten. Ich schätze, Der Klassiker mal wieder. Oh oh. 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 So, wo ist der Dritte? Ach, der haut ab. Ja, komm. Oh, jetzt kann ich mal wieder nicht fahren, weil ich nichts höre. Oh. Ja, also. Sorry dafür, das musste ich jetzt einfach mal machen, wenn die mir schon voll auf den Sack gehen. Tja, der Körperpanzer, den wir gerade eben gekauft haben, der hat sich somit erübrigt. Schade eigentlich. Schade eigentlich. Aber gut, ähm, ich weiß jetzt von dessen Existenz und werde ihn mir öfter holen. Und, äh, ja, vielleicht sterbe ich dann auch nicht mehr so oft, wobei das ja in der letzten Zeit relativ besser geworden ist, sag ich mal. will ich mal ganz vage behaupten. Und ich meine, ja doch, ich glaube, ich sterbe gar nicht mehr so häufig wie früher. Jetzt vielleicht mehr dumm, aber nicht mehr so häufig. So, und der Rabbi, der Rayrunner, da muss ich echt mal wieder was Neues überlegen, weil dieses Gelaber von Kacke geht mir langsam auf den Sack. Ja, das Drogengeld kennen wir, ich halte eigentlich nur an wegen, hab ich jetzt direkt drauf geparkt. Oh man, das war ja wieder, äh, ach, ich halte ja extra an wegen diesem Kackkraut. Da schäme ich auch noch direkt drauf. So, wo bist du jetzt? Hier. So. Und wenn wir dann auch schon dabei sind, ich höre Wölfe, öh, ich will auch gar nicht so lange hier bleiben. Ich wollte eben nur das Poster und das Kraut grabben und ich bin auch gleich schon wieder weg. So, hat auch gar nicht lange gedauert. So, ich sehe gerade, ne komm, 600 Meter ist nicht mehr so weit, da steht nämlich ein Roffelkopf da rum. Hab jetzt mal eben kurz überlegt, soll ich den mitnehmen oder nicht? Hab mich dagegen entschieden, aber das Kraut da vorne hole ich mir auf jeden Fall nochmal ab. Ich hab glaube ich... Ich hab glaube ich... Danke, dass ihr den... noch komplett weg steht. Aber nöö. Wenn ihr mir Hunde auf den Hals hättest, dann, äh, müsst ihr halt damit leben, dass ich auch abhau. So findet ihr garantiert keine neuen Freunde hier, doofen Rothosen. Das sind bestimmt alles so sozial völlig inkompetente Dudes, die sich da melden. Ich glaube der redet jetzt nur noch von Kacke und Drogengeldern und irgendwas ist mit meinem ranzigen Rechner los. Ich muss das mal prüfen beim Autofahren. Ruckelt und leckt das wie Hölle. Da werde ich mal vielleicht ein bisschen an den Einstellungen rumschrauben müssen. Was war das denn? Hat es da gerade meine Granate mitten in der Luft angehalten? Hast du irgendwelche Superkräfte oder sowas? Von denen ich gerade irgendwie nix weiß? Mann, oh, oh, oh. Ach, warte mal. Ich bin ja schon vorbei. Ich bin ja schon längst vorbei. Ja gut, dann, äh. Aber das machen wir jetzt zu Fuß voll. Was stand da gerade? Militär? Wat? Unbekannter Ort. Schanatjäger. EJ Gale. Ja? Sohn von Mohan Gale. Gründer des Goldenen Pfades. Aufgewachsen bei der Mutter in den Staaten. Zurück in Kürat wegen ihres letzten Wunsches. Wer sind sie? Ich sag's dir, nachdem du mir geholfen hast, den Vogel auf dem Flughafen zu landen. Und warum sollte ich das tun? Du bist hier, um Gutes zu tun und die Bösen zu töten. Nicht wegen Wahrheit oder Pflicht. Jeher du mir hilfst, desto eher kannst du mit dem Kriegsspielen auf fremden Boden weitermachen. Außerdem hab ich Info für dich. Hallo? Sind sie noch da? Na, super. Free Willis. Oh, Mann. Warum braucht der Hilfe beim Landen? Der ist wahrscheinlich schon in der Luft. Kann der nicht fliegen oder was? Freund, das überlegt man sich vorher, ob man einen Vogel, äh, landen kann. Wo sind da jetzt? Rothosen. Och, nee. Haut mir ab, ihr Säcke, ey. Aber ich feiere das irgendwie, wie ich so einen kleinen winzigen Rest an, äh, Schildenergie hab. Naja. Ich wette, jetzt komm ich da hoch zu dem ranzigen Flughafen und da wimmelt's nur so von Rothosen. Dabei waren wir ja schon mal da oben. Und dann war's dann total leer. Aber gut, ich mein, wimmelnd mit Rothosen ist ja irgendwie interessanter, nicht? Danke, dass ihr den Sender freies Kürat eingestellt habt. Aber gern doch. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber anscheinend gibt es einen verrückten Killer im Kürtel. Oh, da muss ich echt mal was Neues überlegen, ey. Fahren kann ich heute auch nicht. Also ich weiß nicht. Ich glaub, AJ sollte sich mal wieder ins Bett hauen und einfach mal zwei Tage durchpennen. Ich mein, wie lang rennt der hier schon rum und tötet Rothosen im Auftrag des goldenen Pfades, ohne auch einmal nur, weiß ich, pingeln zu gehen. Der Mensch hat doch Bedürfnisse. Der muss doch mal kacken gehen oder sowas. Gut, essen tut er aber auch nix. Das wird's vielleicht sogar erklären. Achso, ne, warte mal. Die ganzen Drogen, die... Die hauen deinen Körper wahrscheinlich so durch die Gegend, dass du gar keine körperlichen Bedürfnisse mehr hast. Aha. Also ich seh schon mal ein Helikopter. Das ist schon mal ein... Äh, wahrscheinlich eher weniger gutes Zeichen, aber gut. Ich bin am Flughafen. Gut. Hab eben meinem Rundflug Scharfschützen entdeckt. Schalte sie aus. Und denk dran. Wir haben denselben Feind. Wenn du Pargansmänner erledigst, wird es einfacher, den Flughafen für deine Kameraden zu sichern. Klar. Such etwas. Du musst unauffällig sein. Wie ein Republikaner in San Francisco. Kein Alarm. Lass dich nicht entdecken. Punkt. Ich hab ein Treffen mit dem Kommandanten des Flughafens und er soll nicht wissen, dass ich noch ein Ass im Ärmel habe. Wenn du fertig bist, funk mich an. Was? Ein Republikaner in San Francisco? Ach, Mann. Ich wär eigentlich so ziemlich geneigt dazu, diesen Mörser hier zu benutzen. Der verspricht nämlich Spaß. Aber gut, wir sollen leise und unbemerkt bleiben. Dann versuchen wir das Ganze doch mal. Ich würde jetzt eigentlich hergehen und alle wegsnipen. Aber ich wette, irgendein Penner sieht von irgendwo her eine Leiche. Oder die fliegt vom Gebäude oder was weiß ich. Was für eine Scheiße die noch treiben. Aber ich sag mal so, Versuch 1. Ich fang jetzt einfach mal an damit. So, siehste. Oh, ne. Ach, shit. Hä? So. Ach, da hinten ist der Kommandant. Ich hab ja aber ein paar Dudes übersehen. So. Drei Scharschützen noch. Ach, halt da hinten auch noch. Na, dann dreh ich mal meine Runde, nicht wahr? Und aus der Entfernung... Das Ganze ist wahrscheinlich doch ein bisschen schwieriger. Wobei ich jetzt erstmal versuche, den Alarm hier auszuschalten. Huh. Ich komme ein bisschen... ...Takedown-mäßig von oben. Ich hoffe, dass mich niemand sieht. Na gut. Hat jetzt nicht so viel gebracht. Weil wir noch zwei weitere haben, aber... Ich arbeite mich langsam vor. Ich hoffe, dass... ... Okay. Ich versuche mal auf das Gebäude hochzukommen. Da fühlt man sich gleich wie Sam Fischer. Ich schleiche durch die Gegnerhorden. Und metzle alle nieder. Aber ich bin leise. Ah, halt da, meinen vergessen. So. So, das ist doch mal ne ziemlich geile Position hier oben. So, und ich wette wieder. Pass auf, wenn ich den hier abknalle, dann checkt das einer von denen da unten. Nein. Das überrascht mich jetzt fast ein bisschen. Oh, das war ein Skillshot. Sie können jetzt sicher landen. Die Scharfschützen sind erledigt. Gute Arbeit. Ich leite den Anflug ein. Jetzt geh zum Kontrollturm und ruf mich an, wenn du da bist. Äh, welcher Kontrollturm? Ach der hier? Ja, gut. Äh, Freundchen. Ich arbeite immer schon im Voraus, nicht wahr? Ja, ich soll wirklich da hoch? Bin in Position. Bleib da und halt mir den Rücken frei. Ich hab noch was zu erledigen, bevor wir reden können. Wenn bei dem Treffen was schief läuft, geb ich dir ein Signal. Was für ein Signal? Wenn ich Reganomics sage, fängst du an zu schießen und hörst erst auf, wenn alle erledigt sind. Reganomics? Okay. Mein jetzt Ronald Reagan? Er hat ja, er hat es ja so ein bisschen mit Republikanern. Ich brauche keine Ablenkung. Der Typ ist ein kleines bisschen sprunghaft. Verstanden? Verstanden. Gut. Dann mal los. Na, durch ein Zielvisier wäre das eigentlich intelligenter schon zu betrachten. Da kann ich schnell überschließen. Hier. Genau wie sie wollten. Es gibt eine Planänderung. Was soll das? Ich sagte Planänderung. Juma will, dass ich sie zu ihr bringe. Ist das ein Witz? Das können sie nicht tun. Wir hatten einen Deal. Sie und ihr Flugzeug werden schön hier bleiben. Ich bringe sie zu Juma. Wir sollten darüber reden, okay? Da gibt es nichts zu bereden, Freundchen. Wo ich herkomme, ist ein Deal ein Deal. Sie können ihn nicht ändern. Das ist unamerikanisch. Jetzt reicht's mir langsam. Ein echter Patriot. Kennen Sie sie? Ich stehe unter Beschuss. Komm mal in die Gänge. Vonditen aus dem Norden. Erledige sie. Was? Aus dem Norden? Wo ist hier eigentlich Norden? Also... Kontakt aus dem Süden. Schlag sie zurück. Ja, lauf doch, du Idiot. Ja, halt nicht. Hey! Ich bin nicht kugelsicher. Hilf mir hier draußen! Das wird mir zu heiß hier. Ich lauf rüber zum Lagerhaus. Gib mir Deckung! Ja, lauf halt nicht so wie so ein Mühl in der Gegend rum. Huch. Huch. Nehmen wir doch lieber die andere Waffe hier. Huch. Huch. Nehmen wir doch lieber die andere Waffe hier. Ich bin ja kein Superhelder oder so. Willst du Deckung geben? Heißt, dass du mich beschützt? Achso, da ist noch einer. Und dann gehen wir halt wieder hoch. Welchen Berg meinst du denn eigentlich? Da oder was? Ach, da hinten. Ach, da hinten. Moment, jetzt kann ich ja eigentlich auch das Ding hier benutzen. Beschuss von allen Seiten! Das ist ja wie damals in Fallujah! Ach, weißt du was? Scheiße, was mein Schauschatz hier wäre. Naja. Ich geh jetzt einfach zu dir, weil du scheinst da von dem Combat keine Ahnung zu haben. Toll. Was sagst du mir jetzt? Was sagst du mir jetzt? Boah. Boah. Schlaf nicht ein, Butterblümchen! Sieht aus, als hätten sie dein kleines Spielchen bemerkt. Hier hagelt es ein bisschen zu stark für meinen Geschmack. Ich geh in Deckung! Mach dich mal nützlich! Zeit die Mörser-Teams aus und alle, die kommen, um ihre toten Kumpel zu rächen! Okay? Verstanden? Gut! So, ich lauf einfach außen rum und kill den jetzt von oben. Ja, dann kann ich das Ding selber benutzen. Hä? Ach, da schau her. Das ist mal ein geiler Wumms. Ich glaube, ich sollte mal über einen kleinen Wechsel vom Scharfschutzgewehr nachdenken. Ja, ich bin schneller wie die Uhr. Och, der Arsch. Und wo ist Willis jetzt eigentlich? Bei all den Schüssen und Explosionen, die ich nicht höre, würde ich sagen, du bist sicher. Komm und triff mich im Lagerhaus, damit wir uns endlich mal kennenlernen. Och, Mann, ey. Du bist doch echt ein Trottel. Der ist wahrscheinlich erst mal drei Tage lang um den Spot hier gekreist. Hat gewartet, dass ich mal den Funkspruch da annehme. Und ihn zur Hilfe eile. So, bis jetzt. Ach, da drin hat er sich verschanzt. Ach, da drin hat er sich verschanzt. Du bist der perfekte Wolf im Schäfermantel. Besser als der Sunnyboy, den ich beim letzten Einsatz babysitten musste. Ihr seid aber beide Patrioten, würdet beide jedes Mal die Hand aufs stolze Herz legen, wenn am 4. Juli die Nationalhymne im Stadion gesungen wird. Dein Achzug gebrauchen? Ich arbeite für Langley, Agent Willis Huntley. Langley, also CIA. Alles, was du über deinen Vater wissen musst, steht in der Akte. Welche Akte? Die in dem Flieger den Korall abnimmt. Oh, scheiße! Hey! Das wirst du brauchen. Du bist doch ein Arsch, aber alter, ich kenn' dich! Ich kenn' den Typ, der hat's ja auch gesagt. Das war der Willis von Far Cry 3. Wenn wir jetzt auch noch fast drauf kommen können. Hä, wie soll ich das Flugzeug verfolgen? Der ist doch witzig. Ich kenn' den Typ, der ist ja auch. Ich kenn' den Typ, der ist ja auch so wichtig. Das war der Typ. Ich kenn' den Typ! Jawoll! Komm! Ja! Ach, Mann! Wie geil! Alles so geil! richtig schön Hollywood-mäßig. Der drückt sich nicht schon im Cockpit dem Typ ins Gesicht. Nein, der drückt sich erst weg und schmeißt dann die Granate noch ins Cockpit und trifft natürlich genau. Geil. Das sehe ich von umgedrehten Blättern, die ich kurz drei Sekunden anstarre. Ich bin hier, um Pagan Min und Juma zu stürzen, was die Einheimischen anscheinend nicht schaffen. Und ich dachte, dein Volk versteht was von Guerilla-Kriegsführung. Dein Volk? Der Goldene Pfad kämpft den falschen Krieg. Ich soll Ihnen zeigen, wie es geht. Schritt eins, den Flughafen übernehmen. Schritt zwei, einen gewissen AJ Gale rekrutieren. Das bist du. Triff mich hier, wenn du soweit bist. Oh, und erzähl dem Goldenen Pfad nichts von unserer Vereinbarung. Das ist nichts, was sie wissen müssen. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss mal einen abseilen, wenn du verstehst. Oh, scheiße, ein Bär. Oh mein Gott, das Klo ist nur ein scheiß Loch im Boden. Ja, was hast du denn gedacht, wo wir hier sind, Mann? Hilft mir, ein Bär verfolgt mich. Ja, und jetzt können wir doch um den Bär schießen. Schieß doch auf den Bären. Danke, Freunde, dass ihr hier gerade in der Nähe wart. Ja, man sollte die Umgebung doch immer gut im Auge behalten und nach Bären Ausschau halten. Das habe ich jetzt in dem Fall leider nicht getan. Kann mal in die Hose gehen, aber die guten Dudes vom Goldenen Pfad haben mir mal wieder den Arsch gerettet. Leute, ihr werdet immer besser. Und jetzt mit den Upgrades seid ihr bestimmt richtig cool. Alter, ihr wart aber gerade eben auch noch nicht hier, oder? So, jetzt probieren wir doch mal was aus. Das Ding hat ja richtig Bums. Genug, um einen durch den Schädel und danach auch noch in den Schritt zu ballern. Ja! Geil, ich glaube, das Ding behalte ich jetzt erst mal. Ah, Moment, da war doch noch einer. Oh, nee. Da kämpft wahrscheinlich wieder einer gegen den Bären. Da halte ich mich lieber von fern. Ich wollte einfach nur hier checken, was es hier so gibt. Nach Ischwaris Flucht war es eine düstere Zeit für mich. Oh, ich war ein grausamer und zorniger junger Mann. Genau dieser Zeit verdanke ich den Ruf, den ich heute habe. Ja, ja, ich habe zahllose Unschuldige ermordet. Ja, ich habe die Religion verboten. Ja, ich habe die Währung reformiert und alle Ersparnisse wertlos gemacht. Und ja, vielleicht habe ich zeitweise in Jagdblut gebadet und eimerweise Koks geschnippt. Aber! Was? Jetzt bin ich geläutert. Sieh mich an! Ich bring das Land wieder auf die Beine. Ich bin in top Form, AJ. Pfff. Boah! Ja. Nach einer Leine ist jeder in top Form, glaube ich. Oh Mann, ey. Da überschlagen sich wieder die Ereignisse. Äh, die haben doch die ganze Zeit was geredet. Er will Pagan und Juma. Habe ich das richtig verstanden? Stürzen? Wer ist diese Juma? Und ich hoffe, dass ich sie bald kennenlernen werde. Die ist bestimmt noch bekloppter drauf wie der Pagan. Das wäre, was weiß ich, Pagans Schwester oder Mutter sogar. Das wäre ziemlich geil. So eine alte, verschrobene Tante, die aber völlig krank drauf ist. Was, AJ? Du hast Pagans Männer in die Ecke gedrängt und ihre Nachschublinien zerstört. Es ist Zeit, sie von ihrem Elend zu erlösen. Meinst du nicht? Jetzt wird's aber ein bisschen euphorisch, aber ich seh grad, was zur... Blöder Vogel, ey. Setzt da schon zum Anflug an. So. Meteor. Ja. Das stinkt doch förmlich nach Meth Air. Aber gut, wir wissen ja alle, was Pagan mit diesem Flugzeugträger, wollte ich grad schon sagen. Nein, Quatsch, ein Flughafen ist das. Zwar ein kleiner, aber doch ein feiner Flugzeugträger hier vorhat. Deswegen natürlich der Meteor oder Meth Air, wie ich ihn jetzt einfach nennen werde. Treffender Name. So, aber wir sehen auf der Uhr, oder ich seh viel mehr auf der Uhr. Es ist schon wieder Zeit, die Folge zu beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich werde in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder die Willis-Mission starten. Die macht mich jetzt nämlich hungrig auf mehr. Die war ziemlich nice. Wir sehen uns hoffentlich bis dahin in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.